und endlich wieder daheim an bord so wir hatten etwas weniger entspannter anfahrt die a31 baustellen vom ruhrgebiet bis nach emden egal blauer himmel sonnenschein wir sind an bord so langsam füllt sich die fähre und dann wollen wir mal ein paar schöne ruhige entspannte tage auf dem schönsten land so 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 so